So, wir waren in verschiedenen Feuerwehren jetzt die Tage unterwegs. Wir waren in Neunkirchen. Wir waren heute in Missingenhagen und Murchin und ich freue mich eigentlich, dass man mal jetzt im Sommer Gelegenheit bekommt, auch direkt in den Feuerwehren das Gespräch zu finden. Sonst spricht man eher mit den Funktionären und den Amtswehrführungen und jetzt kann man mal direkt mit den Kameraden reden. Mir tut das selber ganz gut, da ich selber auch Feuerwehrmann bin, spricht man da eine Sprache und dann findet man sehr schnell den Kontakt miteinander. Ein großes Thema war die Frage, wie kommen wir zu vernünftigen Gerätehäusern? Das war bei allen drei Feuerwehren das bestimmte Thema. Da müssen wir gemeinsam einfach gucken, wie wir zu guten Lösungen kommen. Was man sagen muss, ist, dass hier enorme Geldmengen gebraucht werden und so, dass wir da auch einen langen Weg gemeinsam gehen müssen. Was ganz wichtig auch war, ist die Frage der Brandschutzbedarfsplanung. Alle Gemeinden oder fast alle Gemeinden haben die eingereicht beim Kreis. Wir sind im Moment dabei, das zu sichten. Dort wird es großen Abstimmungsbedarf noch geben. Wir haben gemerkt, dass von der Idealvorstellung, was das Brandschutzgesetz vorsieht und den Realitäten, wir doch eine große Diskrepanz noch haben. Und da müssen wir einfach miteinander ins Gespräch kommen, wie wir dort einen vernünftigen Weg finden, um hier angepasste Lösungen zu finden und vor allen Dingen, die richtigen Dinge jetzt in den nächsten Monaten zu tun. Insgesamt war ich beeindruckt, auch von der Einsatzbereitschaft und von der Motivation, die bei allen Kameraden vorhanden ist, welche Ideen es gibt, auch wie unterschiedlich es ist. Zum Beispiel hat Muchin eine klasse Sportmannschaft, was mich sehr beeindruckt hat. Gleichzeitig habe ich aber zum Beispiel in Neukirchen erlebt, dass man im Bereich der Jugendfeuerwehr und der Löschzwerge da ganz viel Engagement hat. Und hier in Missigenhagen bin ich schon beeindruckt, mit welchen bescheidenen Möglichkeiten man doch eine sehr gute Feuerwehr aufrecht erhält. Also insofern wünsche ich allen Kameraden, kommt gut über den Sommer und bleibt gesund.